Ganz gültig fangen wir an. Schauen wir mal, was die Kiste alles noch so kann, ne? Let's do it! So, fangen wir mal ganz gültig an. Schauen wir mal, was die Kiste alles noch so kann, ne? Das schaut doch mal so ganz cool aus. Da haben wir eine Art da oben mit euch. Natürlich, da logisch. Nein! Oh, 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 nein! Alles klar, dann haben wir es, dann haben wir es. Ja, dann haben wir es. So, alles in der Dauer. Kurz kurz raus. Oh, ich kommt gleich raus. Ich habe mich gebrochen. Wir haben jetzt auch noch einen Dauer. Nach dem Dauer, ich habe noch einen Dauer. Nach dem Dauer. Nach dem Dauer. Ja, vor dem Dauer. 30 Minuten. Was? 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 Wollt ihr noch mehr? Ja, das geht ein bisschen lauter. Wollt ihr noch mehr? Ja, wollt auf! Alles klar, es ist hier noch jemand, wir waren jetzt. Wir haben jetzt noch eine Gäste auf. Ja, grüß! Ja, das geht ein bisschen. Ja, wir haben jetzt noch eine Gäste, die wir haben. Oh ja, wir haben jetzt noch eine Gäste. Ich habe jetzt wieder eine Hälfte, die wir haben. Ja, das geht dann auch noch, wir haben jetzt Laurenti. Ich habe jetzt noch eine Gäste. Ja! Ja! Oh, mein Gott. 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 Oh, mein Gott.